Und live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt den Simulationsforscher Niki Popper, der von Anfang an die Ausbreitung der Pandemie für die Regierung mathematisch analysiert. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Popper, beginnen wir mit den bevorstehenden Massentests. Wie viele Menschen müssen sich denn in ganz Österreich testen lassen, damit diese Aktion ein Erfolg wird? Naja gut, jeder Test ist einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben uns das ein bisschen angeschaut jetzt in Modellen und man sieht, es müssten schon mehrere Millionen sein. Wenn eine ideale Größe wäre zum Beispiel sechs Millionen, wenn wir zum Beispiel wirklich sechs Millionen erreichen, dann sehen wir, dass wir die Zahl der Positivtestungen dann auf ein Drittel oder auf ein Viertel unterdrücken können. Das ist aber schon eine ganz große Herausforderung. In Südtirol und in der Slowakei war etwa ein Prozent der Getesteten dann positiv bei einer sehr hohen Beteiligung von gut zwei Drittel der Bevölkerung. Erwarten Sie eine ähnliche Zahl für Österreich? Ja, also wenn wir uns das so anschauen, dann gehen wir auch von circa einem Prozent aus. Da muss man dann aber auch die Herausforderung sehen. Also wir haben dann quasi in sehr kurzer Zeit von den sechs Millionen, wenn wir ein Prozent haben, 60.000 allein nur positiv Getestete. Und wenn man dann noch hofft und davon ausgeht, dass auch die direkten Kontaktpersonen zu Hause bleiben, dann sieht man, dass sozusagen die Herausforderung auch in der Quarantäne auch jetzt schon mitgedacht werden muss. Bei 60.000 positiven Testergebnissen ein wie großes Problem könnten denn da falsche Testergebnisse sein? Ja, falsche Testergebnisse sind ein Problem. Deshalb ist meines Wissens auch jetzt geplant, dass eben positive Testungen dann mit einem PCR-Test überprüft werden. Das werden Sie. Allerdings gibt es für 60.000 PCR-Tests in so kurzer Zeit überhaupt genügend Laborkapazität in Österreich? Da bin ich die falsche Person, die Sie fragen. Das müssen Sie Mediziner und Laborexpertinnen fragen. Aber ich bin da guter Dinge. Also ich glaube, das schon. Ich glaube, was wir uns überlegen müssen, ist, dass wir nicht bei diesem Einpunktverfahren bleiben. Ich glaube, diese Flächentests sind ein guter Ansatz. Aber wir müssen ein bisschen weiterdenken. Das eine ist, es müssen eben viele mitmachen, damit es wirkt. Das zweite ist, dann wäre ideal, wenn die Leute auch eben nicht nur die positiv Getesteten, sondern auch ihre Kontaktpersonen zu Hause bleiben. Und wir brauchen auch zusätzliche Dinge. Wir haben gehört im Beitrag, wir müssen in die Pflegeheime noch besser reinschauen. Und wir müssen die Menschen auch erreichen, die vielleicht nicht freiwillig kommen, wo aber Gefahren lauern. Wie könnte man jemanden erreichen, der nicht freiwillig kommt? Naja, es gibt ja die verschiedenen Screening-Strategien. Und ganz wichtig, dass weiterhin auch die Ressourcen dort verortet bleiben. Das heißt, Schutz von den Vulnerablen in den Pflegeheimen, dorthin zu schauen, wo wir die Cluster im Sommer und im Frühling auch gesehen haben bei sozial schwierigen Beschäftigungsverhältnissen. Und natürlich, kranke Menschen müssen behandelt werden. Das heißt, die Symptomatiker müssen 1450 anrufen, müssen ihre Hausärztinnen anrufen. Und deren Kontaktpersonen müssen auch gesucht werden. Ich habe da auch ein bisschen im Beitrag das Problem, wenn Menschen darauf sich ein bisschen so gefühlsmäßig, habe ich den Eindruck, verlassen, dass diese Flächentests alles lösen. Die Flächentests sind ein Puzzlestein, der kann wirklich gut beitragen. Aber man darf auf die anderen Maßnahmen und auch das Testen, Tracen und Isolieren nicht vergessen. Jetzt haben Sie die Kontaktpersonen und gerade auch das Tracen angesprochen. Das Contact-Tracing, also das Nachverfolgen der Kontakte von Infizierten, ist ja schon in den letzten Wochen praktisch zusammengebrochen in den größten Teilen Österreichs. Wenn es jetzt 60.000 weitere Fälle mit einem Schlag gibt, ist da überhaupt noch realistisch, dass man da die Kontakte nachverfolgt? Ich glaube, man muss unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch die Strategie. Man muss diese Massentests nehmen und da muss man das Beste daraus machen. Ein Kollege aus Harvard hat jetzt zitiert, das Beste ist der Feind des Guten. Im Moment müssen wir schauen, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt setzen können, gut hinbekommen. Wichtig ist es, dass dann im operativen Betrieb, nämlich also wenn wir dann normal wieder testen, hier das schneller wird und das Tracen gut funktioniert. Und das ist auch, was wir uns wünschen, dass hier die Ressourcen aufgestockt werden und dass die Menschen nicht alleingelassen werden beim Tracen, dass die digitale Unterstützung bekommen. Weil das sind dann die nachhaltigen Maßnahmen, weil das man nicht vergessen darf, ist, diese Flächentests reduzieren an einer Stelle, aber die Dynamik ist dann das Entscheidende. Und hier wäre dann auch die Frage, ob man die Ressourcen bis in den Jänner und Februar aufrechterhalten kann, wenn man sie jetzt aufgebaut hat, damit man dann iterativ wiederholend weiter testen kann, wenn zum Beispiel in einer Region die Zahlen wieder steigen. Kommen wir zu den aktuellen Corona-Zahlen jetzt noch vor den Massentests. Am Sonntag sollte ursprünglich der Lockdown enden. Jetzt hat der Statistiker Erich Neuwirth ausgerechnet, wenn die Infektionen sich so weiterentwickeln wie in den letzten Wochen, dann stehen wir am Sonntag im Sieben-Tages-Schnitt bei etwa 3.500 Neuinfektionen. Ist das nicht noch immer eine viel zu hohe Zahl? Ja, also auch wir gehen davon aus, dass wir noch eine gut vierstellige Zahl haben, aber es sind zwei Aspekte. Der eine Punkt ist, die Wirkung des Lockdowns wird ja dann noch weiter wirken. Also das, was wir in der Woche bis zum 14. sehen, ist eigentlich dann noch der reine starke Lockdown, Punkt eins. Und Punkt zwei ist eben, wir dürfen uns jetzt weder auf den Lockdown jetzt verlassen, noch auf die Flächentests. Sondern die Frage ist eben, wie bringen wir es dann zusammen, die Öffnungen so schlau zu machen, dass die Kontakte reduziert und die Hygiene erhöht wird. Dass das Testen, Tracing und Isolieren wieder greift, bis zu hoffentlich Zahlen von 2.000, 3.000 positiv Getesteten. Und dass wir dann bis in den März kommen. Ich glaube, ein zentraler Aspekt wird sein, wie wir Mitte Jänner dastehen. Weil da sind dann die Effekte der Weihnachtsferien auch zu sehen. Das heißt, für mich ist der 15. Jänner so ein zentraler Punkt. Wenn wir da gut dastehen, ich glaube, dann schaut es ganz gut aus. Und dann müssen wir es bis Ende März schaffen. Weil, wie ja die Mediziner sagen, der Coronavirus im Sommer ja sehr viel weniger Druck macht. Und wir dann auch schon viele Erkrankte haben, die dann immun sind. Kann man aus Ihren Simulationen eigentlich sagen, welche Maßnahmen jetzt im Lockdown am meisten gebracht haben? Waren das die Ausgangsbeschränkungen? Waren das die Schulen? War das die geschlossene Gastronomie, die fehlenden Veranstaltungen? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Viele Kolleginnen und Kollegen in Österreich und auch international versuchen, ja Maßnahmen zu ranken. Das, was wir jetzt sagen können, ist, dass der Soft-Lockdown das Geschehen reduziert hat. Und erst der harte Lockdown, als sie diese zusätzlichen Maßnahmen, dann wirklich eine Trendumkehr geschafft haben. Wie es genauer schaut, das ist sehr schwierig, weil auch die Dinge sich überlappt haben. Das heißt, man muss sich das dann im Nachhinein anschauen. Ich glaube, was wichtig ist, wir haben ja einen Beitrag gehört, immer Skifahren versus Intensivstationen, Schule versus Kultur. Ich glaube, das ist, was sehr schwierig auch für die Menschen mittlerweile ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich überlegt, wie sperrt man Dinge auf und nicht immer nur was. Das heißt, dass man schlaue Lösungen hat, dass dort viel Platz ist, dass Hygiene eingehalten wird. Und ich weiß auch, das nervt die Menschen schon. Es ist aber wirklich die Lösung. Wie sperre ich wo auf und dann kann ich die Dinge auch umsetzen? Herr Dr. Popper, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend. Danke für die Änderung.